ja leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 3 machen wir weiter herzlich willkommen zurück zu let's play gta 3 machen wir weiter mit der nächsten mission liebe leute wir wollen natürlich ein bisschen sollte heute mit der letzten wir wollen eventuell heute mit der letzten aufnahme session überhaupt beginnen hier in gta 3 das heißt es könnte sein dass wir demnächst durch sind und demnächst wird gta demnächst wahrscheinlich könnten wir sogar mit gta san andreas weitermachen wir wollen natürlich jetzt erst mal so dann gehen wir jetzt mal hin und dann gucken wir mal der köder michael seems to think of mistreating him still he's revealed the extent which katalina fears your quest for revenge she has three death quads dotted around liberty whose sole job is to hunt you down act as the bait and get the death squads to follow you to pike creek where some of my men will be waiting for them so wir haben ein paar hits wir sollen also ein bisschen was machen moment ich brauche erstmal voll wir brauchen den panzer doch nicht wir machen das mit dem auto ich kenne die mission ich weiß welche mission das ist ja eigentlich so dass das ist das relativ simple mission und wir sollen ganz einfach ist das jetzt wir sollen die die lande punkte zum gelben punkt gleich bringen das ist mal das was ich gerade so ein bisschen anmerken kann die frage ist dass wir darüber für ja müssen wir haben kein zeit limit das heißt wir haben also ein bisschen luft da ja ja ich denke es ist Ich glaube, sie stehen auf der anderen Insel, ne? Der Nebel macht es natürlich auch nicht viel einfacher, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt gerade, wie man die Möglichkeit findet, hochzukommen. Ich glaube, hier könnte das richtig sein. Also, wie gesagt, nochmal, wir müssen die gelben Punkte, ne, Quatsch, die lila Punkte oder pinken Punkte zum Gelbpunkt leuchten, äh, ähm, leiten. So, warum ist es wirklich richtig? Hink! Naja. Ich habe viele, wie sehen wir das überhaupt? Die sind da zwei, drei? Ich glaube, so viele sehen das wirklich nicht. So. Ich glaube, sie sind irgendwie hoch. Glaube ich. Das ist der Clou an der Sache. Mehr ist das nicht. Warte. So. Jetzt haben wir uns den einen da noch. Komm. Ja, Mai, wird's wie fahrschnitts. Das war nicht schon fast klar. Das war nicht so gut. Na komm. Jetzt gehen wir mal umbringen langsam. Dankeschön. Ich glaube ich brauche immer mal ein neues Auto. Eigentlich liegt schwer ist die Mission. So, jetzt brauchen wir die letzten noch. Wir bräuchten vor allem mal ein neues Auto. Ich frage ich, wo steht denn der? Hey, ich brauche das Auto. Deine... Ah, ich nehme mir die Mühe dahinter. Der sieht da. Ja, ja, ist gut. Ich zieh der Wagen. Fuck you. Fuck you. Fuck you. . Ich sag, wenn ich die hau'n ab, war die K... Oh, da ist die Mission fehlgeschlagen. Weil der eine nicht geschossen hat oder was? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, mei. Leck mich doch am Arsch. Die war eigentlich total simpel, die Mission. Die ist eigentlich so simpel. Aber war der eine nicht wieder nicht geschossen hat, weil der eine gesagt hat, nö. Ich brauch nicht schießen. Ja, ist klar, Alter. Und dann, wenn die müssen, wenn die... Du seid eigentlich eine simple Mission. Die ihr mittlerweile gesehen habt. Scheiße. Weil der eine nicht den Wagen geschossen hat, der Köder. Ja, das müssen wir nochmal neu machen. Definitiv. Ich kann die auch nicht selber, glaub ich, ausschalten. Wir müssen die ausschalten lassen. Ich... Ich will... Ich will... Ich will... Das war's. Scheiße. Scheiße, scheiße. Naja, wir müssen es halt nochmal. Da müssen wir es halt nochmal neu machen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es eine relativ simple Mission. Ihr habt es verstanden, nur worum es geht. Das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Die Umsetzung war nur von der KI. Irgendwie so ein bisschen... Ja, nicht ganz regelkonform, so wie ich das eigentlich nie gedacht hätte. Dann müssen wir es dann sowieso nochmal rüber auf die andere Inselseite. Wir müssten ja da starten, weil das Problem ist, unser Auftaktgeber ist dort. Aber mir klar... Ich muss da auf die andere Sport. Ich wollte da, aber da muss ich hin. Das geht nicht, Agnes. Ja, genau. Jetzt kommt dieser scheiß Nebel schon wieder. Ach. So, jetzt muss ich gerade gucken. Der Nebel macht natürlich alles anders einfach. Der eine ist hier. Jetzt geht das. Der nebel ist. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. So, der erste ist weg. Okay, ich bin jetzt nur der eine ein bisschen verpatzt. Mir verbaut. Ich will jetzt erst mal den ein, der ist eben ein bisschen verbaut, aber der letzte ist relativ simpel. Der ist nämlich hier vorne. Hau da ab, lass mich in Ruhe. Hau da ab, lass mich in Ruhe. Ja, genau. Nimm deine Mühe, nimm deine scheiß Taxi-Bühe da weg. Ich weiß nicht, lass mich nur die Scheißersche. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jetzt haut die nicht ab, oder? Ah, der leckt mich doch. Kann ich die nicht erschießen? Ja, doch. Ich kann die nicht erschießen. Okay, dann geht's ja. Jetzt muss ich den einen wieder einfangen, der mir der abgehauen ist. Leck mich doch am Arzt. Ich hoffe, die bräuchte mir nur Sorge. Ich hoffe, dass der jetzt wiederkommt. Wo ist der denn jetzt hin? Soll er hin? Hier muss er nicht unten stehen, oder nicht? Da hinten steht der. So, war jetzt gut. Das Gute ist, ich kann ihn jetzt auch ausschalten. Das ist doch super. So, und jetzt hole ich mir den letzten. Jetzt wissen Sie, es ist ja hier irgendwo. Boah, war deine Mission, liebe Leute. Eigentlich total simpel, aber wie gesagt, auch wieder so ein bisschen kompliziert. Ja, das ist klar. Ja, ist klar. Wie gesagt, ich weiß nicht, ey. Wie gesagt, ins Oh oh. Gut, der hat ihn jetzt erschossen. Jetzt bräuchte ich wieder ein Auto. Jetzt kommt es mich gerade an. Ach, Leute. Leck mich doch am Arsch. Gib mir dann ein scheiß Taxi, Mann. Nein, ich will damit jetzt nur hier. Was ich gerade, genau das ist ein Polizeiwagen, ja. So. Ja, damit. Das Gute ist, ich muss sie jetzt einfach nur noch holen. Also ich gerade, der ist genau an der gleichen Stelle, ne? Der ist genau an derselben Stelle runter. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, ich liebe diese KI. Manchmal. So, fuck you. Geschafft. Also nochmal. Das war eine total simple, easy peasy Mission eigentlich. Ja gut, wenn man es ein bisschen kapiert, wenn man ein bisschen arbeitet, wenn man vernünftig ein bisschen arbeitet und alles, was natürlich gesagt hat. Eigentlich kein Kinderspiel. Gut. Ich mache nur noch die Hauptmission, wenn ich ehrlich bin, diese Telefonmission. Ja, mein Gott, hurra. Interessiert mich, wie gesagt. Scheißdreck, jetzt muss ich zurück zur Baustelle, jetzt muss ich zurück wieder, wie zur... Jetzt muss ich zurück zur, da ging's, ne? Nach, äh, nach kalzer Baustelle wieder. So, jetzt wirst du jetzt zum Flughafen vor allem mal. Ach, das war ja schon, Gott sei Dank. Das geht jetzt relativ simpel. Jetzt bin ich jetzt bei die Brücke zurück, ne? Kurz vorher aber dann noch speichern schnell, weil zu Hause vorbei. Das war mir so klar irgendwie, dass mir die Karre dann da irgendwie ausbricht und sagt, irgendwie, ich muss hier nicht machen. Ach, meine Fresse, schlaf doch ein beim Fahren. Gut, die Brücke geht gerade runter, das heißt, wir können quasi unbedingt durchfahren. So. Ja, halt. Ich hab mich entdickt verfahren. Sehr viel Kompräsenz hier in der Gegend vor allen Dingen. Ob das so ein bisschen an die Kolumbianer liegt, wissen wir ja nicht. So. Wir speichern, ich hab mir keinen Bock, das Ding an, wenn ich jetzt verkacke, nochmal neu zu machen. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der nächsten Mission bei Let's Play GTA 3.